Musik Sie trotzten Schnee, Kälte und den aggressiven Launen der Natur. Die Mitglieder des Galaklubs sind die ersten Menschen der Welt, die eine Wanderung von Farben bis zur Keseine bewältigt haben. Musik Musik Etwa 24 Kilometer legten die Burschen, trotz des hohen Fiebers eines Mitstreiters, in gerade einmal acht Stunden zurück. Musik Den Erfolg verdanken sie, nicht zuletzt dem nahrhaften Gerstensaft und ihrem eisernen Willen. Musik 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 Musik